...und die Kiste für den Ball. Und die Kiste für den Ball. Sie war gestern in Tarla. Sie waren gestern in Tarla. Die Gäste sind in Marien 60. Sie waren gestern in Tarla. Sch sini in Tarla Applaus Applaus 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Das war's für heute. Wir kamen mit einem 3-1 Lied, glaube ich, und wir verletzten ein bisschen und dann kamen wir zu 3-3 und das war nicht gut für uns, weil wir eine schwierige Woche hatten, aber im Endeffekt haben wir im Overtime gewonnen. Ein paar Mal, ich selber auch Pech, auch dazu natürlich.